Wir haben uns erholt, harter Tourbahn, bei den Liberators, Schlag auf Schlag. Jetzt gibt es eigentlich, wie viele Mädchen haben wir jetzt in der Gruppe? Für die Clementine wird es. Eng? Was ist das Wort, das Eng ist im Bildtemperi im Griff, ne? Dafür haben wir jetzt dadurch mit einem, äh, ja, verwahrlosten, einsamen, obdachlosen Cockley-Sänger. Der für geht alles. Die Frage ist, Ken möchte noch immer an die Ostküste, zu seinem Boot. Ja, das wissen wir nicht. War aber gedacht, damals für Family-Aging, ne? Und wir haben einen harten Verlust gehabt eigentlich. Ja, schauen wir, was weiter passiert. Let's go! Schauen wir mal rein! Schauen wir mal rein! Schauen wir mal rein! Schauen wir mal rein! Nein. Ach so, du weißt, was hat geschaut? Ja. Okay. Wie denkst du? Was hat Chuck gesagt? Was hat Chuck gesagt? Was hat Chuck gesagt? Was hat Chuck gesagt? Was hat mit Duck passiert? Was passiert mit mir? Was hat er gemacht? Swear Entschuldigung. Ich muss mit ihm sprechen. Keine Angst. Hey! Wie geht's? Nicht mit meiner Frau. Bleib von ihr. Entschuldigung, son. Ich hörte, dass ihr sie sterben würde. Dass sie endet wie ein Duck. Warum geht's und so? Weil sie ist. Ich weiß nicht viel über dich, aber ich kann euch sagen, dass der Sonne kommt morgen. Wenn ihr alle weitergeht, dann ist die Frau nicht zu machen. Was wissen Sie? Ich weiß, dass Sie nicht ein Plan haben. Wir kommen nach Savannah, und dann was? Wir machen was besser für Clementine. Oh, naja dann. Dann haben Sie das alles geteilt. Keine Ahnung. Schau mal mit der Frau und es raus. Findet eine Karte für Christ's sake. Ich würde dir eine, wenn ich sie hatte. Und wenn etwas mit dir passieren würde, Es wird nicht. Wenn es wäre, Dann ist das Gerät. Ich hab sie unterricht. Ich habe die Frau nicht zu machen. Ich habe sie eine Karte für eine Karte. Und dann muss sie schütze, und dann kann sie die Zuchzeilen. Du musst sie mit einer Abende, die da sein, wie ein Velcro, welche die Hand zu sein. Findet meine Zuchzeile in meinem Pack. Und dann zeigst das Bezüge. Das ist ein Argument, ja. Das ist der alte Ratgeier. Er hat auch recht. Das ist etwas. Du hast eine Familie? Da, irgendwo. Ich bin auf meine eigene, seit den letzten 14 Jahren. Entschuldigung, zu hören. Keine Ahnung. Du bist nicht ohne da? Ich glaube. Ich habe keine Ahnung, hier und da. Und sie einfach nicht funktionieren. Ich mag ein Bier. Ja. Ich habe keine Ahnung. Nein. Ich habe die Kindheit, du kennst. Ich denke, jemand hat zu. Was ein Scheiß. Du hast gesagt. Wo gehtest du? Uh, in dieser Richtung. Ich meine, wenn wir nach Savannah kommen. Ich habe ein paar Ideen. Wir haben ein Gespräch, wenn wir da kommen, um, ob es nicht die Leute wollen. Du bist hier sicher. Ich bin sicher. Du bist sicher. Na. So, wollen wir mit dir reden? Ja, reden wir mit dem, was es geht. Was es so hart? Hey. 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 Okay. Okay. Double face palm. The door to the boxcar. Ah, das ist schon drin, hier drin. Uh-huh. Wollen wir ein bisschen. Whisky? Nein, was ich sage. Sänger im Wald, ne? Was ist denn da hin? Was ist denn da hin? Okay. Ich hab ihn. Er hat ein paar... Er hat sich erzählt und hat ein paar gute Punkte gemacht. Schau, wir werden nicht etwas schlechtes passieren. Aber es gibt ein paar Vorstellungen, die wir nehmen. Okay. Ja, das macht Sinn. Keine Angst. Okay. Was müssen wir machen? Wir werden ein Plan für wenn wir nach Savannah kommen. Ich zeige dir, wie sich selbst beschädigt. Und, äh... Tidig auf ein bisschen. So, dass du nicht so schnell getrennt hast. Ich würde das gerne. Gut. Du musst wissen, wie sich selbst beschädigt. Wie, schlafen oder schlafen? Ich habe es. Ich meine, mit einer dieser. Erstens. Keine Angst. Es ist nur eine Sache. Ich habe es. Aber wissen Sie, wo du immer ist. Und nicht auf die Trigger, wenn du jemanden schlafen willst. Okay. Okay. Es ist nicht schlafen. Es ist schwer. Es wird stärker. Wenn du zum Schlafen, schlafen sie gleich nach oben. Auf der Wunsch. Und die Seite auf der Wunsch. Und die Schlafen. Du schlafen hast. Wollen Sie den Schlafen? Nicht für einen schnellen Schlafen. Stattlich. Ich kann das machen. Every time. Es wird schwer. Aber das alle vergessen. Ja, ich würde es den anderen vielleicht sagen, das ist nicht technisch genug, fuck. Ich habe keine Ahnung, ob das war es da. Das ist so höher, oder? Okay. Es war oben. Auf und links. Und rechts. Was mit der Hammer? Mit der Hand? Ja, jetzt hat es da. Was mit der Hand? Wie gesagt. Ich weiß, du hast gut gemacht. Aber es sind Walkers nicht. Nein, nicht mehr. Aber jetzt wissen Sie, wie diese Dinge funktionieren. Wir werden einen Tag mit Walkers gewinnen. Okay, ich fühle mich gut. Das ist so schrecklich, oder? Nein. Das ist so schrecklich. Sie sind so schrecklich. Wenn Sie einfach einen Zughaar sprechen, dann ist das auch nicht schlecht, ne? Hi. Ich bin so schrecklich. 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 Das könnte wieder passieren. Und wenn es ein Walkers geht, dann müssen wir es schreien. Es ist nur ein Schreien, oder? Ich muss es kurz schreien, damit es nicht zu schreien. Okay. Okay. Das ist ja ein Simulator. Ich bin so schrecklich. Okay, wenn wir das jetzt machen. Ich glaube nicht. Ich bin so schrecklich. Ich bin so schrecklich. Es ist eine gute Sache. Du weißt, wie wir das machen? Ja, natürlich. Ich glaube nicht. Gut. Gut? Gut. Das bedeutet, dass du, wenn jemand mit dir schreckt. Das ist eine andere Werteilung. Das ist eine andere Werteilung. Das ist eine andere Werteilung. Also, du hast jemanden zu töten. Ja. Ich bin froh, dass du mir endlich gesagt hast. Ich auch. Du hast jetzt viele Dinge zu töten. Es ist gar nicht wichtig. Das ist schlecht, egal was. Aber du hast es jetzt, um sich zu retten. Und um mich zu retten. Das macht es gut. Aber du musst. Ich mache es weil es notwendig ist. Walken sind Leute. Okay. Ich glaube, ich bin fertig. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich habe ein paar Haare. Du hast? Ja. Lilly gab es mir für mich. Da. Alles gut. Ah. Tja. Happy day on the happy train I'll find this if you want it Damn, I didn't realize I had it left, thank you Want a sip? No, I'm fine I'm sorry, I'm sorry Anybody in there want to share a drink with you that I know Will do Yeah Well, the girl can shoot Doesn't have to be pretty Probably will be before too long Okay It's a little bit of cold, huh? You get that hair sorted? Yeah, I don't think she cares for it She will Hey Yo Hey Yo Let's go Let me get the train now Da-da-da-da-da-da-da You can hang me Okay Okay We could still take the left That's right And if I could buy you for a second kidding Can you just leave me alone? Just let me drink Yeah Yeah Well, then it just took faster to drink, right? Yeah Yeah Yeah, because he sits on check. I wanted to know if you needed a drink He's got some Yeah 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 It's full of maps and documents Yeah It's an issue That's a nice job Yeah Yeah And that's was it It's all right I mean that's all right He'll follow the trooper It's a weird Yeah There was a weird sort of the care That's where I'd look Das stimmt nicht. Soll ich mich nicht. Soll ich dir nicht. Soll ich dich, um mich zum Fluss zu bleiben? Soll ich dich nicht. Führer, ich muss zu sprechen. Ich wollte dir mit dir sprechen, um mich von deinem Sprachen zu halten. Du sagst, dass es deinem Beobachtens stammt ist, in Macon. Das war genug persönliche Informationen. Ich bin sicher, dass ich Katze Es wäre okay mit dir, also vergiss es. Ich war derjenige, die den Banditern zu geben. Was? Es ist alles meine Schuld. Jesus Bin. Ich weiß. Sie sagten, dass sie meinen Freund hatten, aber er war mit ihnen. Just stopp. Fuck. Können wir dir überhaupt vertrauen? Ja. Warum musst du mir das sagen? Nein, einfach nicht jemandem. Du kannst es nicht zurücknehmen, also nicht. Okay. Die Frage ist, ob wir sie retten hätten können, wenn wir irgendwie was anderes gemacht hätten. Bei unseren Entscheidungen. Wer ist der Junge? Hey, Clint. Hi. Ich möchte über Savannah sprechen. Ich auch. Und was werden wir da machen, wenn wir da kommen. Wir wissen nicht, was es ist. Die Stadt könnte schlecht sein oder völlig unter Kontrolle. Ja. 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 Die Stadt sind okay. Aber wenn sie nicht. Was ist passiert zu ihnen? Ich bin sicher, dass sie okay sind. Ja. Das ist das, was der Vater immer sagt. Lass uns die Matke schauen. Wenn wir herausfinden, woher sie waren, können wir zuerst da gehen. Es sieht aus wie ein Blatt in der Stadt, aber es sieht aus wie ein Blatt in der Stadt. Marr. Ist das es? Die Marrhaus? Ja, das ist es! Also, wir gehen da. Ja! Du denkst, dass wir ein guter Plan haben? Ich denke, dass es sehr gut ist. Kann ich... ...tell meinen Eltern sagen? Du weißt, dass... Okay, geht's. Okay. Wie fühlt sich das? Gut, besser. Ich bin glücklich, dass wir ein Plan haben. Und du bist ein guter Schott. Danke. Ich denke, wir sollten sehen, wie weit... Oh, sch***! Halt auf, alle! Tja. Warum mussten wir hier bremsen? Ja, das erfahren wir wohl wohl über in der nächsten Folge. Genau. Wiedersehen. Okay. Vielen Dank.